Ich weiß nicht, ob es auf so einem Schnee liegt oder nicht. Das ist mittlerweile so heftig hier. Ich will mal, warum der Ram so übertrieben krass gebraucht wird. Lassen wir es einfach mal mit dem Schnee. Sofern es will, dann funktioniert. Ja, ich habe mir... Ich wollte gerade fragen, wo ist das Wasser hin? Als ich es gemerkt habe, habe ich mich daran erinnert, wir haben ja am letzten Mal den Damm gebaut. Da sieht man das dann nicht mehr. Dann schieben wir das so rüber. Ähm, alter heilige Scheiße. Sprich, wir werden hier erstmal sowieso kein Wasser haben. Das ist außer Frage. Okay, außer hier. Weil das hier sowieso ein bisschen tiefer ist. Ähm, und zwar das Ding ist, wir haben hier eine Zuglinie. Hier haben wir eine Zuglinie, die geht einmal hier rüber. Hier haben wir glaube ich keine, wenn ich es richtig sehe. Das heißt... Okay, zumindest noch nicht, wenn man es mal so betrachtet. Sprich, ich würde prinzipiell... die T-Kreuzung hier vorne... in dem Gebiet würde ich... durch ein... ja... durch ein Viererkreuz so gesehen ändern. Und dann kommt... hier vorne oder so... da kommt dann der Bahnhof hin. Ähm... Hauptbahnhof mäßig hin. Ähm... und dann werden wir von dort aus... die... wird dort ein größeres Tram-Depot sein, das dann halt über... von dort aus in die einzelnen Bezirke... quasi eine Linie hat, wo es halt auch nochmal eine Endhaltestelle haben. Ähm... Sprich, das steht jetzt zumindest gerade heute jetzt mal an. Ähm... Bereiten wir das zumindest schon mal vor. Haben wir denn hier so ein schönes Viererkreuz, was hier auch perfekt hinpasst? Das wäre dann halt natürlich das hier. Nein, ich sagte, das wäre das hier. Das würde größentechnisch passen. Ähm... Haben wir noch was anderes hier... was nicht ganz so wild ist. Ähm... Highway X... Das würde natürlich auch passen. Von der Art her. Ähm... Okay. Letzte verkehrt. Ähm... Dann war das mit den Tasten. Zu viele Spiele... Warum müssen wir mal anderes haben? Hä? Wie gesagt, zu viele Spiele, zu viele unterschiedliche... Das kann man noch drehen. Oh, das ist blöd. Ähm... Ich meine, das geht auch anders. Aber wir nehmen es halt so. Ha, dann können wir das sogar hier so machen, oder? Die passen also aber noch besser. Nehmen wir doch mal das. Äh... Wie groß ist das? Ist schon ein bisschen weit weg. Na? Ist das da schon mal weg? Dann... Das hier hin. Äh... Ähm... Was haben wir hier für eine Straße? Oh Gott. Äh... Eine... Sechsspurige Straße. Was haben wir hier? Ein Traktor. Das ist ja schön. Äh... Eine sechsspurige Straße mit dekorativen Bäumen. Können wir auch garantiert ändern. Hups. Sechsspurige Straße mit dekorativen Bäumen. So, haben wir das hier. Und dann können wir das in Zukunft auch erweitern. Dann brauchen wir nochmal die Autobahn. Die Autobahn. Das waren... Three-Line, ne? Ja, das passt. Okay, okay, okay. So, haben wir das hier auch. Okay, dann müssen wir nochmal ein bisschen was verkreisen, damit die links besser passt. Kurve. Die ist zwar immer noch ziemlich... Craziest. Die hier ist. Was ist denn hier besser? Ja... Was ist denn hier besser? Ja... Nee. Ja... 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 Nee. Machen wir das mal wieder in der Gerade hin. Die dann hier halt in eine Kurve übergeht. Das passt doch schon besser. Wahrscheinlich nicht perfekt genau wie die andere, aber... Na doch, kann man doch schon nehmen. Passt würde ich sagen. Äh... Ja... Dann gab... So, das Spiel auch gerne weiterlaufen lassen. Hallo? Spiel? Äh... Dann haben wir das jetzt auch zumindest schon mal. Dann können wir... Ich würde ja was sagen... Wir machen einfach hier. Ähm... So, wollen wir denn die Linie? Ich will... Ach, Linie ist eigentlich schon mal die Straße. Einfach nur eine... Zweischwurzelstraße mit Straßenmorgleisen. Von hier nach oben. Da kommt hier das Depot hinten hin. Äh... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Depot, wo das ist, ist ja im Grunde genommen egal. Straßenbahn. Depot. Häußern wir zwar ein bisschen was davon ab, aber ist ja auch egal. Mal. Haben wir das zumindest schon mal dann, ne? One way, okay. Dann können wir das zum Beispiel schon mal machen. Ähm... Was heißt machen? Äh... U-Bahn? Wollte ich nicht. Straßen... Hä, Parteiwillzug? was sind jetzt hier die straßen waren hier da haben wir nur die standardmäßigen das haben wir zumindest schon mal dann können wir prinzipiell zumindest schon mal die anderen straßen auch anpassen sechssporige straße haben wir hier war jetzt noch mal die war das vier spurig und auf einer spur ist die tram oder hat die ein eigenes gleis hat ein eigenes dann könnte man das vielleicht sogar tatsächlich nehmen ich frage vielleicht die lampen nehmen wir die hier bleiben ja dann upgraden wir das ganze mal das kann man auch rüber gehen das geht auch bis hier drüben noch also die die frage ist halt die sich die überlegung die ich gerade habe dass wir halt auf den hauptstraßen tram verkehr haben und für quasi den inneren bereich für die nebenstraßen so gesehen dass wir halt dort die busse und auch die metro halten lassen aber dass die tram halt auf den hauptstraßen verkehrt das war zumindest mein gedankengang ja ist ja gut demnach würde ich jetzt einfach mal das alles insofern upgraden woher vielleicht war schlauer gewesen erst hier richtung bahnhof zu gehen aber ich war das einfach mal erstmal alles aus ja bohu wir haben keine bäume mehr ich weiß warum ist denn das jetzt hier eine andere farbe weil das eine bridge ist deswegen was ist da der unterschied das ist der unterschied ok gucken was für ein ding wir da nehmen am liebsten wird das hier mal bei tag sehen das hat auf alle fälle was was ist mit dem hier das ist halt doch schon ja das haben wir solche okay das hat auch was ich glaube es passt sogar schon ein bisschen also auf alle fälle besser als die als okay das passt jetzt hier auch wieder sieht zumindest besser aus das war auch ein bisschen zu hoch meiner meinung nach aber das deck ding das ist halt ja das sieht so aus als ob der bogen halt das hier gar nicht wirklich haben befestigt ist das wollte ich gar nicht egal ich glaube wo haben wir den jetzt hier war das der also entweder der oder der der das das was die nehmen hat schon ein bisschen mehr was finde ich so war wir bisher wieder kein strom haben das lag wir platzieren die unterwasserversion dann haben es da auch wieder strom ich muss doch gar nicht mehr meckern So, äh, hier, wo waren wir, waren, wir waren, wir waren, ähm, ne, wir waren hier. So, äh, hier, wo waren wir. So, äh, hier, wo waren wir, waren, wir 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 waren, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war's dann ja schon mal zumindest, was das betrifft. Aber wie ich sehe fehlen mir noch, zumindest die Essenz, die ich so im Kopf habe, was die Straßen mal betrifft. Haben wir zumindest schon mal die Linie, das erste.